Der Großinquisitor Also gut, beginnen wir. Verdammt! Das war wohl nichts. Ich hätte vorsichtiger bei der Initiierungssequenz sein sollen. Ich werde langsam nachlässig. Na egal. Tibor! Erschlag dieses Ding, bevor es zu voller Stärke gelangt! Der Herr ist noch gut in Form, wie es scheint. Vielleicht haben ja die Elfen in der Siedlung Verwendung für einen angerotteten Zombie wie dich. Der Herr ist noch gut in Form, wie es scheint. Der Herr ist noch gut in Form. 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 Der Herr ist noch gut in Form.